... von Städter, 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 von Städter. So, Gäste haben wir noch mal eine Nachricht, Matthias Kaiser wird heute 35 Jahre alt. Herzlichen Glück, Mutter dieser Städter. Wundersensondere, er ist seit 35 Jahren Pitklink beim SV Darmstadt 98. So, wenn Sie unsere Gäste beruhigt haben, denke ich, werde ich hier jetzt richtig dann anfangen. Ich wünsche Ihnen allen eine spannende und faire Begegnung SV Darmstadt 98 in FC Carl Zeiss Jena. Und wie heißt das schön am SVD? Da gibt es keine Punkte. Die drei Punkte bleiben heute hier in Darmstadt. 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 Und was ihr da nicht schadet, braucht nicht in einem Verein. Es kostet Geld und verleihen das Geld und wir werden es hier nicht in einem Schaden geben. Wir haben es nicht in einem Schaden, wir haben es nicht in einem Schaden, wir haben es nicht in einem Schaden.